Musik Wir von der BG ETHEM sind heute hier auf der Abimesse Einstieg Köln zum allerersten Mal. Wir suchen dringend qualifiziertes Personal. Berufsgenossenschaften haben Jugendlichen aber überhaupt nicht auf dem Schirm. Daher sind wir heute hier, machen auf uns aufmerksam und stellen unsere Ausbildungsberufe vor. Ausbildung zum Fachinformatiker, Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten und wir haben auch eine duale Stufe in Sozialversicherung. Wir haben einen ganz tollen Stand, viele Beführen und wir werden nachher noch auf der Bühne sein und einen kleinen grünen Auftritt machen mit unseren Auszubildenden, den Studierenden, die heute auch hier sind. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018